Dr. Cartwright? Was bin ich? Dafür haben wir keine richtige Bezeichnung. Die einzige Hoffnung für die Menschheit ist ein Kind. Wir sagten, sie könnten einen Impfstoff herstellen. Das ist der Zweck meiner Forschungsarbeit. Es rätst zu Hösung. Bist du Melanie? Gemma Artiton. Ich mach da nicht länger mit! And close. Wir sind so nah dran. Falls du mich brauchst. Die Free-TV-Premiere. Dann schrei. The Girl with All the Gifts. Samstag, 22.50 Uhr. Die Free-TV-Premiere.